ja leute herzlich willkommen zu einem neuen fordnet video heute im trio auf den switch servern wenn es klappt ihr seht da liebe kollege hier spielt auf der switch ich bin mal gespannt ob wir in die switch server kommen wir auf jeden fall ziemlich nice weil die spieler sollen nicht allzu stark sein und ja leute da wünsche ich euch viel spaß und let's go so wir gehen hier runter ist ja gar nichts zum zocken ein paar sind glaube ich hier gelandet ich habe schon mal minis über bei mir ist glaube ich jemanden ins haus der hier schießt die ganze zeit die man sich kennen robin bei dir falls du hörst oder aber beide perfekt sehen ja richtig stark was ist denn das ist damit auch eine ahnung trüffel bogen zeig mal her den hat hatte hier ist ein trüffel bogen ich bin das selbe oder tüffler oder wie der heißt die jungen trüffel bogen alter h völlig lustig ja jungen woher soll ich denn das wissen wie die scheiße heißt alter alter naja du brauchst einen blauen bogen sonst kannst du dir ja nicht upgraden werden ach das ist die jungen trüffel bogen alter ich kann urteilen bogen machen kannst du einen mann wir haben mit diesem mit vier solchen ich muss die rückbeine ja dann nimm den bogen mit so lass lass so nass so nass so nass mal hier rüber wir rennen mit so nass oder lassen wir diesen rücken da noch komm ich will ja richtig rein pushen in den hotz lobbies was aber gesagt es gibt doch wieder haie da war es ein lahm ich gehe mal zum lahm hier ist ein hofschrauber oder boot oder was auch immer das anzeigen soll lassen wir auf den turm gehen dann springen wir hier rüber hier läuft jemand hier sind 1000 leute oh mein gott hier sind so viele kommen wir ja ja es ist aber ein paar bein habe ein habe ein deines übelst noch einer der hatte doch irgendeine kranke hatte eine kranke sache ich habe noch gefressen ich habe hier ich habe mir die ich habe mir die das war scheiße so ja dann einmal wieder abgebrochen aber du bist so lust jungen siehst du es jetzt rein schaffst du sie sind gegen die oder haben die nur gebaut ich sehe ich sehe ich sehe sie hinter mir sind auch gegner ja hier vorne sind welche ich sehe ich sehe ich sehe einen hier unten ist einer habe einen ich sehe hier noch ein da wo markiert wurde ja ich habe was passiert ja hier ist noch einer hier eine hier eine hier 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 genau vor mir irgendwo da ist eine maus da ist eine maus hast einen hier sind zwei hier nice one hier ist noch einer da schön easy leute 14 kills oder keine ahnung ich habe 3 9 9 9 schön dass es seit zwei jahren diese anzeige immer noch nicht hingekriegt haben dass die stimmt daher lasst den holen dass der holen im auto der mit dem auto fährt ich glaube ich kann mir da drauf ich habe doch alle fix mini rein das ist ja gar nicht ich bin in den busch hier scheiße schade ein typ ist völlig lust bin ich ihn er hat ein explizierungsbogen ja lustlos das schießt sich aber ja weil kommt das ohne wunderschön er ist noch mal wichtig sieben gilt hast du da vorne läuft der andere typ wo denn bei dem haus bei dem haus ja der der hielt sich gerade also junge was sind hier leute da sind überall gegner da oben der da oben schild das sind nur drei sind nur drei das andere ist so ein eine kann man sich nicht so verbündete holen ja ich stecke weg kriegst feuer schon schade aber gg leute ich habe sechs so leute das war's mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen ihr habt gesehen ein paar bots laufen schon rum die jetzt nicht gerade gut sind ansonsten ja sehr viel spaß gemacht vielleicht kann man das auch mal öfters machen oder im stream können wir mal reinschauen und ja ansonsten bedanke ich mich fürs zuschauen lasst ein like und ein abo da damit ihr keine videos aus streams mehr verpasst und dahin